Die wichtigsten Meldungen des Tages sehen Sie jetzt in unserem Nachrichtenüberblick. In einer Wohnung in Wien, Brigitte Nau, hat am Donnerstagabend ein 42-Jähriger seine Ex-Partnerin erschossen. Die 35-Jährige war zunächst mit Schussverletzungen an Kopf und Fuß schwer verletzt in ein Spital gebracht worden, wo sie dann später verstorben ist. Der 42-Jährige Täter ist im Innenhof des Mehrparteienhauses festgenommen worden. Medienberichten zufolge soll es sich um den Bierwirt handeln, der durch den Prozess gegen die grüne Klubchefin Sigrid Maurer Bekanntheit erlangt hat. Die Corona-Ampelkommission belässt ganz Österreich im roten Bereich. Besonders negativ läuft die Entwicklung in Vorarlberg, wo die Gastronomie innen und außen geöffnet hat. Die 7-Tage-Inzidenz liegt dort bei 250. Die niedrigsten Inzidenzwerte gibt es derzeit im Burgenland mit 93 und in Niederösterreich mit 116. Heute läuft die Frist ab, innerhalb derer Siegfried Wolfs Kaufangebot für das MAN-Werk in Steyr exklusiv am Tisch liegen sollte. Was passiert, wenn diese Zeit abgelaufen ist, ist unklar. Seitens der Politik ist immer wieder von Gesprächen zu hören, konkrete Inhalte sind aber bisher nicht nach außen gedrungen. Die Sehnsucht nach Urlaub schlägt sich seit einigen Tagen in regen Buchungen ab Pfingsten nieder. Nachdem die Regierung ein Datum für das Ende des monatelangen Lockdowns bekannt gegeben hatte, sind die Telefone in vielen österreichischen Hotels auch schon heiß gelaufen. Seitens des Fachverbands Hotellerie in der Wirtschaftskammer spricht man von einem Buchungsschub für Pfingsten. Bei einer Massenpanik auf einem jüdischen Fest in Israel sind in der Nacht auf heute mindestens 44 Menschen getötet worden. Dutzende Verletzte sind in Krankenhäuser gebracht worden. Israels Gesundheitsminister spricht von einer schrecklichen Katastrophe. Rund 100.000 ultraorthodoxe Juden hatten auf dem Berg Meron das Lagbaumer-Fest gefeiert. Wechselhaft verabschiedet sich der April heute. Die Schauer werden jetzt am Vormittag weniger und mit föhnigem Südwind lockert es in der Folge überall auf. Am Nachmittag entstehen dann aber neuerlich Schauer, die meisten gibt es im Bergland. Mitunter mischen sich Blitz und Donner dazu. Dazu ist es vergleichsweise mild mit 16 bis 20 Grad.